so wichtig dass du nicht noch einen Korb kassierst. Panke für drei! Und der geht rein! Aber Münster wird natürlich alles tun, um dagegen zu sitzen beim Thuray. Oh, und da der Block! No way! Garrison. Und da hat Tom Malte! Auch mal den Drive, auch mal den Drive, ein bisschen. Weil beide Mannschaften haben Foul-Probleme, da vielleicht auch die Punkte an der Freiburgie. Ja! Wichtig! Und Drescher. Drescher. Also da scheint es... Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Let's go! Garrison! Schöner Curl von Pleasure und dadurch Heinz frei aus dem Pop-Out. Handoff und Pick'n'Roll mit Radujicic jetzt oben im Post-Up. Ah, jetzt noch fünf Sekunden vor dem Wort. Schickt sehr schlau Heinz ins Post-Up, weil der das Mismatch hat gegen Fischer. Muss aber einen schweren Wurf nehmen und der ist gericht! Oh, das ist ja genauso geil! Zack! Fade away! Noch mal zu dem Fehler zu bringen und da löst das Jena aber recht souverän. Und neun Sekunden. Fleasure gegen Fischer. Pick'n'Roll mit Heinz. Oder Pick'n'Pop, besser gesagt. Oh, schön gecutt! Von Thomas! Und geht noch! Und macht ihn noch rein! Und macht ihn noch rein! Mit Foul, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Ne, 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 ne. Zweimal Halbzeit dann konsequent umzusetzen und besser runterzuspielen. Richmond. Passt wieder raus. Coplin für drei. Coplin! Ich finde es ist egal. Er macht die 19 voll. Weiter Einwurf. Adrian Breitlauch und Freeman. macht ihn noch mal abschließend die Punkte zum 78 zu 112. Bedeutet aber weniger Zeit für Fächter, um sich zu sortieren. Sehr weitere Reihe von Armino der Feld. Das gibt es doch nicht! Fächter wendet das erstmal nochmal ab. Das sagen auf einen Punkt drankommt. Johnson. Wann treffen sie mal wieder? Murphy! Was für ein Ding von Murphy! Was für ein starker Block. Sehr gut vom Karni. Oh, das hatten wir so von ihm auch noch nicht unbedingt. Das dagegen schon. Also das ist hier sein Signature-Move. Alles, aber der Ball bleibt bei den Gästen. Chase Adams sitzt für drei. Und da geht mit Foul Chase Adams! Der zweite geht rein. Und das wird es gewesen sein. Ja. Und William Christmas. Aber wir sehen einfach zu wenig kreierte Würfe. Und auch zu wenig rausgespielte Würfe bei den Panthers. Und bei Paderborn läuft der Ball einfach besser. Schöner Extra-Pass. Oh, ganz stark spielt. Und innerhalb der fünf Sekunden. Mach die Scheiße! Und Travis Jocelyn! Und das ist... Buck! Für drei! Banu Buck! Leid! Speedau! What팅! Toin! Und der zählt! tranquil Abend. Louis Figut. Und super Timing. Und der zählt für Stefan Funic. Karacic mit einem vollen Spielen! Auf FRINcirroft! Der jetzt geht. So, jetzt glaube ich, der Indo vom Steße! Wenn ich die Sch Wolfen fahren möchte. Mal gespro charavte. Bratacic mit einem wollen. Die PSK Lions brauchen ein bisschen Unterstützung, um dieses eigentlich tolle Spiel in den Auge zu bringen. Ja, auch das Publikum ist ein bisschen eingeschlafen bei 20, 25 Vorsprung. Und dann Kettel, Kettel auf das Grund. Schön gespielt. Hui, die Fick-Tipp aber rein. Stark. Dass sie da 4-Out spielen und dann mit... Vielleicht wieder 5-Hort und dann mit Kovac. Ui, 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 Kettel auf. Hier nochmal zu sehen, schöner Bodenpass und dann hebt er ab. Ja, hatte ja letzte Saison. Drei Sekunden noch, Pujic wird den nehmen. Ja, Harris Pujic für 3 sagt, ich bin gefoult worden.